Können wir mal einen Steinblock hin? Ne, nehmen wir da noch so ein halbvolles, ne, nehmen wir das hier. Soll das mal wieder drin? Da sollen 32 rein. Und da sollen 32 rein, haha. Und dann werden die halt noch aufgeteilt. Die kommen da noch drauf. Und damit möchte ich auch ganz herzlich wieder von euch verabschiedet. Ja, ich habe ja gesagt, ich will nicht so lange spielen. Das war vielleicht jetzt eine Stunde oder sowas. Es ist Sonntag und ich bin müde, also, äh, sag ich jetzt, tschüss, die Sonne geht unter. Dann können wir endlich schlafen gehen. Ich warte, bis wir schlafen gehen können. Ich glaube, da war auch nicht so lange. Ah! Unser Haus sieht irgendwie kacke aus. So, jetzt wird es aber auch langsam wieder Nacht. Ähm, und, ja. Was war das jetzt? Okay. Also, es wird Nacht und wir gehen schlafen und ich, äh, 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 äh Mama, Mama, guck mal was ich gemassert hab, was ich gebastelt hab. Wir machen das Kind, ein Boxkissen. Äh, äh, gute Nacht und tschüss, huhu, 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 huhu. Bis zum nächsten Mal.